Kurva Erst versuchst du jahrelang einen richtigen Baba zu klären Und dann schaffst du es Bis endlich mit deinem richtigen Pesu zusammen Kosten tragen, damit die Felgen glänzen Und dann, wo du merkst, dass es doch nichts für dich ist Denkst du, dass der einzige Ausweg für dich Die 110 ist, du verfluchte Fotze-Fotze-Fotze-Fotze Schwester dies, Schwester das, Schwester Ewa ist da Rotlicht, para, bevor ich Rapper war Von Rotlicht zu Blaulicht, vom Blaulicht zu Scheinwerfern Früher Labdance, damit sie mit Scheinwerfern Scheiß drauf, das war mal, ich heiz jetzt im Hammer Von Freiburg nach Barca, wo ich Leinspuck für para Aber immer noch fick ich mein Kopf, weil das Rotlicht nicht loslässt Check die Story Warum man in weiter Stadtzeit abmacht, liegt daran, dass die Chayas hier scheißlabern Leila sorgt für Huni und Igbumi, ist begehrt bei Pesos, verkehrt in Ghetto Klar wird mein Kollege Emo aktiv, verpostiert sie durch Moneten und Partys Verkauft ihr Träume und redet vom Wiss, Zukunft, Liebe, der übliche Mist Touchdown, Neila beißt an und geht ackern, Tauis am Pack und die Scheine am Flatter Doch die Scheine flattern in Emo sein Tasche, wenn Emo Bock hat, kauft ihr Emo ne Tasche Oh, kein Problem für Leila, wenn nicht nur die Eifersucht, wenn Emo Weiber sucht Von Weiber genug kriegt Emo Niden, er klebt an vielen Ärschen wie Hämorrhiden Es geht schnell, aus Nonne wird Zutte, durch bisschen Schwanz, bisschen Labern mit Zunge Pesos passt auf, Schwester macht schlau, heutzutage wird das rote Licht schnell blau Es geht schnell, aus Nonne wird Zutte, durch bisschen Schwanz, bisschen Labern mit Zunge Pesos passt auf, Schwester macht schlau, heutzutage wird das rote Licht schnell blau Wie gesagt, Leila kommt gar nicht klar, sie will M.O. für sich oder M.O. kriegt nix. Also sagt sie, sie will noch mehr A-Kern-Strich-Puff-FKK, noch mehr Para. Sodass M.O. keine braucht außer Laila, darum tickt sie jetzt im Puff, auch noch mit beider. Paraloid. Und M.O. verspricht Laila, nur mit ihr zusammen zu bleiben und sonst mit keiner. Laila ist naiv, denkt sie ist am Ziel, doch nach drei Wochen guckt sie in sein Handy. SMS und Fotos von anderen schlampen Videos, wie er sie bums und er zieht Krimmasse. Das ist der Moment, an dem der Baum platzt, plötzlich wird auch der Liebe nur reiner Hass. Sodass sie anfängt bei Unjust zu singen, er wird sie vergewaltigen und zum Ackern zwingen, so ist das Leben. Warum reden die Frauen nicht? Wovor haben sie Angst? Wie funktioniert der Menschenhandel und wer profitiert? Wer profitiert? Es geht schnell, aus Nonne wird Lutte, durch bisschen Schwanz, bisschen Labern mit Zwunge. Pesos passt auf, Schwester macht schlau, heutzutage wird das rote Licht schnell blau. Es geht schnell, aus Nonne wird Lutte, durch bisschen Schwanz, bisschen Labern mit Zwunge. Pesos passt auf, Schwester macht schlau, heutzutage wird das rote Licht schnell blau. Und er denkt, er bekommt jede auf der Welt und er hat recht, doch jede kostet Geld.